Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro Last Light. So, wir haben jetzt hier gewartet. Okay, hier draußen scheint es ziemlich stürmisch zu sein. Und unser Kumpane hat jetzt auch seine Gasmaske auf, okay. Da ist er, der Sohn. Okay, der Sumpf ist nicht das Schönste. Die Warte ist genau auf der anderen Seite, in der Kirche. Von hier kann man sie nicht sehen. Da ist eine motorisierte Windenfälle. Sie braucht Treibstoff. Okay, dann... Im Flugzeug oder im Lager der Tankstelle solltest du etwas finden können. Bleib aus dem Wasser raus, wenn du leben möchtest. Tja, das war's. Viel Glück. Okay, danke. Glück können wir gebrauchen, würde ich mal sagen. Und wir machen den Deckel wieder zu. So, und jetzt sind wir auf uns allein gestellt. So, ich weiß nicht, sollen wir die hier vielleicht nehmen? Ist vielleicht das Beste oder die hier eigentlich? So. Und wir erkunden jetzt hier die Gegend und versuchen nicht zu sterben. Ich renne extra ein bisschen. Okay. Jetzt kommt hier etwas aus dem Sumpf. Da. Okay. Fuck. Ich gehe mal kurz an die Wand, damit nichts von hinten kommt. Hm. Egal, ich renne schnell durch. Oh, fuck. Das war ein bisschen tiefer als gedacht. Okay. Beste nicht ins Wasser gehen. Nein, nicht ins Wasser. Geh raus, raus. Raus da. Oh, oh. Fuck. Da sind wir wohl gestorben. Verdammt. Also, ins Wasser dürfen wir einfach nicht gehen. Das ist zu riskant. Wir dürfen nicht ins Wasser. Oh, fuck. Das wollte ich gar nicht. Leute, man kann mit rechts schießen. Das macht einen richtig epischen Knall irgendwie. Okay, warum auch nicht? Ja, ja, chill. Okay, da können wir gerade noch so lang gehen. Boah. Oh, es greift uns an. So, okay. Der ist down. Glück gehabt, dass wir nach hinten gucken. Hier sollten wir, glaube ich, irgendwas holen. Ich weiß nicht, ob das feindlich war, aber ich glaube, du bist feindlich. Ja, du warst feindlich. Oh. Rasch jetzt wieder irgendwas durch. Nachladen. Schnell. Schnell. Was? Oh, oh. Fallen wo? Fallen wo? Hier irgendwo ein Gebüsch. Da? Ne, das ist tot. So, vorsichtig. Nein. Nein. Fuck. Wo? Wo? Nein. Fuck it. Was hat mich gerade getroffen? Oh. Nein, schon wieder. Shit. Was ist das? Ist hier irgendwas an der Decke? Das ist nicht gut. Etikett brauche ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. So, aber... Nein, das brauche ich nicht. Ich... Filter wollte ich eigentlich auch nicht wechseln. Nein. Ich will keine Filter wechseln. Das wollte ich genau. Der Kompass, der sagt mir immer, wo ich lang soll. Nein. Fuck. Was ist das? Ist hier unten irgendwo. Fuck. Irgendwas ist das. So, jetzt müsste es rauskommen. Da. Erwischt. Okay. Ich muss es nochmal treffen. Nochmal kurz rein. So. Jetzt sollte es wieder rauskommen. Okay. Jetzt muss ich es treffen. Nice. Okay. Jetzt kommt gleich wieder raus. Könnte ich wetten. Oder auch nicht. Doch da hinten. Schnell nachladen. Jetzt kommt es wieder auf mich zu. So. Tot. Nice. So. Schnell hier durch. Okay. Ich weiß nicht so recht, wo wir lang sollen. Ich glaube, wir müssen da hinten zum Flugzeug. Aber ich habe mächtig Angst, dass wir... Ähm. Können wir hier reingehen? Ja. Aber ich habe halt Angst, dass wir hier wieder von irgendjemandem aufgespürt werden. Und getötet. Okay. Okay. Ich scheine für mein Flugzeug abgestürzt zu sein. Nicht ins Wasser gehen. Da kommt noch sowas raus. Nein. Fuck. Nein. Nein. Metikit. 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 So. Metikit. Nein. Fuck. Weg, 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 weg. Metikit. Verdammt. Nein. Das hat mich schon wieder irgendwas getroffen. Ich muss hier schnell in den Bus. Deckung. Das da. Okay. Ich kann damit auch nicht visieren. So. Nein. Nein. Fuck. Nein. 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 Fuck it. Nein. Schon wieder. Boah Junge. Ich muss es töten. Ich nehme am besten diese Waffe hier. Ansonsten tötet er mich. Da oben. Ah, den trifft man nicht. So, oder? Beziehungsweise nein, ich treffe ihn nicht. Von wo kam der bitte? Oh, fuck. Oh, fuck. Nein. 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 Da ist noch was. Hier könnte überall jederzeit irgendetwas auf uns lauern. Und wir hören es und hören es. Und es ist da. Nachladen schnell. Okay, das war verdammt knapp. Filter tauschen. So, aber die Waffe lasse ich glaube ich jetzt mal. Kann man ziemlich schnell nachladen. Okay, wir haben keine Munition mehr. Ganz schlecht. So, ich gucke mal kurz, was der Kompass sagt. Wir müssen da entlang. Das ist wiederum nicht so toll. Das ist verdammt hart hier. Müssen wir da lang? Hier müssen wir lang. Okay, das müssen wir aufsammeln. Der ist leer. Der scheint auch leer zu sein. Okay, alles leer. Verdammt. Wir können mir aber Licht anmachen. Das ist schon mal was Schönes. Hier waren wir vorhin schon mal. Zwei. So. Wir können hier vielleicht mal hochgehen. So, oh, oh. Fuck. Er schon wieder. Nein, nein, nein. Diesmal nicht. Heute nicht. Ich sehe dich. Okay, der soll der down sein. Und den will ich auch weg haben. Ich weiß genau, dass der uns das holt. Schnell nachladen. Oh, fuck. So, jetzt müssen wir den aber mal treffen. Schnell nachladen. Jetzt kommt der runter. Ah, ich krieg den nicht. Das ist ein bisschen doof. Okay, wir haben bald auch keine Munition mehr. Nein, wir haben gar keine Munition mehr für nichts. Das ist verdammt schlecht. Jetzt sind wir nur noch darauf angewiesen, dass uns nichts umbringt. Okay. Das war schon mal gar nicht gut. Gar nicht gut. RM. Okay, müssen wir Filter wechseln. Was ist dein Problem? Nein. Nein, Filter wechseln. Wir haben keine Filter mehr. Nein. Verdammt. Wir sind tot. Okay, wir sind auf jeden Fall tot. Nein. Wir werden sowas von sterben. Ach, verdammt. Nein. Verdammt. Ich glaube, so wie wir das machen, wird das nichts. Das müssen wir nochmal ein bisschen anders angehen. So. Das ist verdammt hart, muss man sagen. Wir haben immer noch gar keine Munition mehr. Verdammt. Okay, nein, das müssen wir... Wir müssen so schnell wie möglich, ohne dass uns irgendwas angreift, weg. Schnell weg. Hier können wir vielleicht drunter. Nein, können wir nicht. Verdammt. Aber wir konnten dieses fliegende Tier auch nicht ausschalten. Nein. Wir sind schon wieder an das Wasser gelaufen. Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, der Filter, wir können ihn aber nicht tauschen. Wir haben keinen mehr. Nein. Verdammt. Scheiße. Nein. Ich versäge jedes Mal am Wasser. Ach, nein. Nein, da kommt wieder jemand. Verdammt. Es ist richtig schwer. Vor allen Dingen, wenn man für nichts Munition hat. Das ist nicht einfacher. So, ich versuche jetzt mal hier außen rum zu gehen. So. In der Hoffnung, dass uns hier diesmal keine Kreaturen gegenkommt und uns tötet. Nein. Nein, bitte nicht. Oh, fuck. Da müssen wir entlang kommen. Nein. Nein. Wir kommen nirgendwo lang. Überall ist der Sumpf. Überall. Und überall lauen die Fische auf uns. Verdammt. Aber irgendwann müssen wir es schaffen. So. Wir nehmen wieder. Licht können wir ja anmachen. Und auch nicht. Das lohnt sich eigentlich nicht. Ich versuche mal über den Holzbalken zu gehen. Ich hoffe, das funktioniert. Jo. Das ging ganz gut. Jetzt müssen wir nach da. Ich schätze mal zum Flugzeug. Hier hin. Genau da müssen wir hin. Aber hier kommen wir nicht rein, wie es aussieht. Weil hier müssen wir reinkommen an dieser Stelle. Jetzt werden die Filter schon wieder knapp. Ah, verdammt. Schnell. Wir müssen in das Flugzeug. Nein, hier können wir nicht lang. Hier ist der Fluss. Verdammt. Nein. Wir müssen hier reinkommen. Bitte. Lass mich doch hier rein. Hier. Hier ist der Eingang. Gut. So. Schnell. Wir haben wieder Munition, oder? Nein, wir haben keine richtige Munition. Verdammt. Aber wir können die ganzen Kanister nochmal angucken. Vielleicht ist da ja was dabei für uns. Alles leer. Nein. Verdammt. Wir sind richtig am Arsch. Wir haben keine Waffe. Wir können uns nicht verteidigen. Oh mein Gott. Was sollen wir bitte tun? Wir können nichts machen. Verdammt. Die Filter. Hier. Ja. Wir haben neue Filter gefunden. Immerhin. Puh. Wir haben doch neue Filter. Wir haben Munition. Alles. Nein. Wir sind erstickt. Obwohl wir Filter hatten. Wie das? Nein. Verdammt. Vergiss nicht, Taschenlampe und Nachtsichtgerät immer aufzuladen. Okay. Ich hoffe bloß wir starten, ja wir starten wieder an der Stelle. Soll ich jetzt mal eine Munition für den verschwenden? Das wäre mir noch gar keine. Schon aufgesammelt. Gehen. 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 Erstmal die neue Gasmaske aufsetzen. So. Und nachladen. Hier können wir auch nachladen. So. Was sollen wir jetzt tun? Wo müssen wir hin? Müssen wir uns das angucken? Da müssen wir lang. Okay. Dann versuche ich da so schnell wie möglich hinzukommen. Was sich schwierig gestalten könnte. Okay. Hier können wir rüber gehen. Und hier so lang. Hm. Okay. Was haben wir hier noch? Was ist das? Okay. Sind wir an der richtigen Stelle? Ja, wir sind hier richtig. Aber was sollen wir hier tun? Das frage ich mich. Hier. Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was sollen wir hier tun? Hier sollen wir irgendwas machen. Okay. Achso. Hier können wir jetzt den Treibstoff anschließen. Und. Ja. Die Maschine läuft wieder. Nice. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Dann können wir wieder weiterlaufen. Über den Schrott. Nein. Wir können nicht über den Schrott laufen. Verdammt. Hoffentlich. Ja. Wir haben es überlebt. Nice. Oh. Du bist nicht nett. Verdammt. Nein. So. Das sollte es gewesen sein. Schnell Filter wechseln. Nice. So. So. Bitte sei down. Sit down. Yeah. Yo. Okay. Wir haben erstmal die Viecher verteidigt. So. Jetzt lassen wir da entlang. Diese Richtung. So. Maschine muss natürlich anbleiben. Oh nein. Verdammte Scheiß. Nein. Bitte nicht. Verdammt. Oh mein Gott. Nein. Der wechselt seine Position. Da hinten ist er, oder? Okay. Der ist weg. Die Maschine läuft. Und hier ist unser Boot. Okay. Komm schnell. Schnell darauf. Nice. So. Jetzt können wir wieder in die Endrichtung fahren. Gut. Bitte lass jetzt nichts mehr passieren. Bei Gott. Ich hoffe bloß. Ist ja nicht versucht jemand unser Boot. Okay. Wir haben verdammt nochmal Glück gehabt. Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte. Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen. Okay. Das war's dann auch wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ciao. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.